Hallo Leute, da bin ich wieder und hier kommt wieder der Tipp des Tages. So, diesmal mache ich ohne Sound. Na ja, drücken sie R um den Befehlradius, ach, das kann ich euch ein Kampf zeigen. Ja, fertig. Ja, ähm, ich bin laden und da sind wir. Ähm, ich kann dir lesen, ich hab versucht, das Bettgröp im Videoglöp und ich hab es, es ist besser gemacht. Ja, da sind wir wieder, da und da sind wir. Ähm, das ist das Leben, das ist hier, und Schadung, mal sehen, Todeskämpfe, Wildheit, richtig böse, Führungssituationen. Ach ja, ähm, wir kommen zum Gebäude. Unser Herz können Gebäude, nur Gebäude bauen, aber bei jeder Rasse gibt es einen Bauer. Ja, das kann Gebäude bauen und Türmen. Ich kann es euch noch zeigen, ach ja, das da wollte ich zeigen. Ihr seht ja den Ring, äh, das nützt beim Umwandeln. Man braucht Gebäude, man kann vieles umwandeln, außer Türmen und Truppen, ja, Truppen. Eigentlich nur Gebäude. Ja, manche Gegner können vergiften, ja, ihr habt es gerade gesehen. Meistens können Feuer schießen, da verbrennt man, verliert man auch das ganze Leben und und nur Bewegung. Ich hab das besser. Ähm, es gibt auch Quests. Ja, bei dem Level gibt es keinen. Ähm, bald bekommen wir unsere ersten Verbündeten. Vielleicht bei dem nächsten Video seht ihr ihn. Ich hab vergessen, welche Zeit ich angefangen habe. Schlecht. Ähm, ja, bei jedem Rasse gibt es einen Titan. Und das sind die stärksten Einheiten. Man kann sie nur einmal benutzen. Beispiel. Aber die sind richtig stark. Aber es wäre gut, wenn man einen Heiler hat, weil sie sehr lange brauchen, bis sie wieder, vor dem Leben, ganz sehr viel Leben wieder haben. Meistens haben sie, meistens haben sie etwa 800 Lebenspunkte, Lebenspunkte. Ja, ihr habt es gesehen. Ein Schild. 15 Rüstung. Kälte Widerstand. Minus 15 Prozent. Chance bei Zauber sprechen. Ja. Wie gesagt. Ähm. Ja, mag. Feuer ist gedacht. Blitz. Eis. Ja, egal. Jetzt gehen wir weiter. Wir töten zuerst einen Gegner. Damit wir. Spielen leveln können. Wenn man das macht, sind wir schon bei zwei Leveln. Und jetzt. Hier seht das Gelbe. Das ist die... Das ist die... Das ist das stupide Slip. Also. Das Gelbe. Haben wir nicht so viel Leben hier. Und das... Und das Dünklere. Braucht man noch so viel. Ähm. Endlich seid ihr hier, um zu helfen. Wenn ich kann. Aber wir sind nur wenig. Warum sind alle tot? Was für eine Kreatur hat dies Geld gebracht? Ein Srati. Er kam und war's um Hilfe. Ob wir wissen ihn auch. Hätten wir nicht tun sollen. Ein Srati hat all dies getan. An einer der Schlangenmänner vom 3. Kontinent. Nein. Das nicht. Das... Aber... Es war wütend. Es öffnet den ristischen... Den Welten und irgendetwas. Kann nur... Bleib ruhig liegen. Ich... Ich... Was ich tun kann. Wir sind dankbar. Dass ihr uns all diese Mitteln konntet. Mitteilen konntet. Ja. Ähm. Wer das alles getan hat. Kann ich sagen. Dämonen haben das getan. Und zähle es Dämonen zu erledigen. Ja. Und schnell zerstöre... Zähle ich... Nein. Ich klicke weiter. Wenn ich das zerstöre hätte ich nur... Verfahrenspunkte. Das habe ich gerade vergessen. Das seht ihr. Wenn man... Ja. Und ich bleibe noch 3 Minuten. Ich weiß nicht ob das reicht. Schönst... Ja. Nächste Stufe bei... Oh. Was sind wir? Stufe 3. Und so noch die nächste Stufe. Ja. Was machen wir? Was machen wir jetzt? Ihr seht ihr. Wir haben 3 geformte Plätze. Das ist gut. Ja. Was machen wir? Kampfgeschickt. Das nützt kaum was. Weil ich fast kaum nie gegen Untoten kämpfe. Ja. Nur ein Moral und ein Bild hat. Ah. Das ist eins von den Rittern. Ich mag den. Es gibt noch eins. Ja. Der kann... Ja. Ich sehe das. Ich mag den. Der kann Zauber später beiufen. 5. Ja. Und wenn wir hier gehen. Sehen wir ein... Ein Hinterhalt. Es gibt auch ein Hinterhalt. Da muss man durch... Ja. Immer bei dem gibt es ein Hinterhalt. Wenn wir zuerst nehmen. Ja. Die sind nicht so stark wie man denkt. Okay. Wir nehmen mal den. Den. Nein. Den nicht. Den nehme ich noch. Man braucht... Ja. Man braucht nur starke. Diese Pfad sieht wie geschaffen für den Hinterhalt aus. Das denke ich auch. Kund schafft auch schon mal etwas voraus. Nun gut. Ja. Und das ist ein Hinterhalt. Die sind echt gut geschaffen. Aber... Die... Die Gegner... Ich habe die Stellung dumm gemacht. Ihr seht es gerade. Nur... Den anfangen aber zuerst. Nicht gut. Wir könnten warten bis die... Wenn man länger wartet bekommt man noch zwei Katapulte. Aber ich mache das nicht. Ich gehe gerade. Ja. Ihr seht hier. Ich hasse die Viecher. Die können... Die... Die schaden recht viel. Ja. Und ich gehe schon mit dem Paladin da rauf. Und töte schnell die. Tschöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö Und ihr seht, meine Ritterfürste sind sehr stark. Ja, ich beende es bald. Oh, 3x7, so, das ist zu gut. Ihr seht, 2,3 Sekunden pro Lieblingsblick. Jetzt töte ich schnell alle. Man muss alle töten. Okay.